Ich muss in exakt 58 Minuten im Konferenztisch sitzen. Sie schaffen das doch. Ja. Ruhe, nee. Oh, na, sch. Du, Herr. Fahren Sie. Wir bringen uns um. Wer glaubst du denn, dass du bist? Entführst meine Limote, bedrohst meinen Fahrgast. Die Typen, die dahinter sind. Meine Ex-Verlobte. Mein Beidein. Frauen sind vom Mond, Männer sind vom Mars. Wir passen einfach nie zusammen. Was auch immer Sie von Ihnen denken, Sie müssen sie nicht gleich überfahren. Ja, Frauen meine ich. Was immer Sie tun werden, schließen Sie an Ihren Vertrag. Sie haben auch Probleme mit Frauen. Jedermann hat Probleme mit Frauen. Uns ging es allen besser, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären. Die hätten den Apfel hängen lassen und die Schlange gefressen. Wer um Gottes Willen soll denn jetzt noch hinter uns wer sein? Oh, oh. Nix! Ihr habt Angst vor Frauen. So sieht es nämlich aus. Vor wem? Dafür verlagne ich nicht meine Gefühle. Nee, sie haben gar keine. Drei Typen voll in der Scheiße. Wer ist schuld? Frauen. Ich nehme den Drücker in die Hand und sage, Schatz, willst du noch was sagen, bevor die Bundesliga-Saison losgeht? Das gibt's nicht. Schon wieder Studenten nebenan. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht ist das ja nicht so schlimm. Mädchen sind ja eher ruhig. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm.